Als verantwortungsvoller Bürgermeister gewähren wir in unserer Stadt auch die Landwirtschaft. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von CitySkyline. Ich begrüße euch, meine lieben Zuschauer, in Vanilla Bay. Mein Name ist Panky. Und heute werden wir noch den Bedarf ein bisschen versuchen zu regeln, zu decken, dass entsprechend auch unsere Stadt wachsen und wachsen kann. Und somit schalten wir auch dann mehrere Sachen frei, um hier ganz einfach die Mülldeponie auch so ein bisschen zu verstecken, zu verbergen. Aber nun, viel Spaß, gute Unterhaltung. Auf geht's. So, hier werden wir auf jeden Fall entsprechend das Ganze so platzieren. Wollte mal sagen, bis dahin. Hier machen wir das mal ein bisschen großzügiger. So, wie sieht's denn aus? Wasser haben wir genug. Und Strom breitet sich eigentlich auch relativ gut aus. Wir haben geranke Bürger. Das heißt, wir brauchen mal eine Praxis. Dann werden wir doch garantiert da eine hinsetzen. Hat sich der Platz doch bezahlt gemacht, den wir da ausgespart hatten. So, wie geht es weiter? Das hier entwickelt sich. Super. Weitere Bedarf. Oha, das Licht geht aus. Und das liegt daran, weil uns schon wieder der Strom ausgeht. Themenzufolge müssen wir uns nochmal um ein weiteres Windrad bemühen. Oder die Turbine vielmehr. So. Sehr gut. Jetzt ist der Bedarf auch wieder geregelt. Einmal frei. Und jetzt werden wir hier weitere Straßen bauen. So, hier ist wieder mal Zeit für einen Kreisverkehr. Nice, fuck yeah, ja. So. Super. Und dann werden wir hier irgendwie das Ganze hier so rausführen. Haben wir denn schon so doppelte Straßen? Würde sich hier zumindest schon mal anbieten. Und dann werden wir praktisch hier nochmal einen Abzweig bauen. Dass wir dann sozusagen hier hochkommen. Und ein würdiges Dorf ist erreicht. Super. Das geht jetzt ja wie das Brötchen backen. Das freut mich. So. Setzen wir hier mal noch am weiteren Standort. Aber hier muss ich jetzt aufpassen. Denn hier sollte es eigentlich nochmal weiter gehen. Werde ich das Ganze untertunneln? Oder werden wir das dann ganz anders machen? Von der Sache her so passt es eigentlich erst mal. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir es am besten anstellen. So, das ist okay, das ist okay. Haben wir denn Spezialisierung bereits? Das ist sehr gut. Dann werden wir hier auch schon nutzen. Wir schauen nochmal. Genau, hier ist so ein bisschen fruchtbares Land. Und genau, das nutzen wir für uns. Also setzen wir hier so eine kleine Agrarzone hin. Dann sagen wir hier folgendes. Hierbei handelt es sich um landwirtschaftliche Fläche. Und dann können hier auch bereits die ersten Gebiete entstehen. Das war ganz klar. Trauchen wir. Bauernhöfe. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Vielleicht müssen wir das hier noch ein bisschen vergrößern. Jetzt müssen wir das schon mal da in die richtige Richtung. Das gefällt mir. So, ja. Geschnittenes Obst wird hier gerade gespaut. Super. Das sieht doch hübsch aus. Sehr gut. So, dann werden wir hier mal auch ein weiteres Viertel erstellen. Das kann das mal ein bisschen großzügiger. Halte, das war zu großzügig. Und perfekt. Das passt. So, was hat er denn hier gemacht? Hier eine kleine Aufschüttung gemacht. Das ist aber soweit okay. Dann wird es vielleicht mal Zeit für ein bisschen Bildung. Wir brauchen eine Schule. Und die setzen wir hier oben hin. Das ist schon mal eigentlich relativ gut alles versorgt. Und dann geht es weiter. Hier kommt noch was hin. Hier ist kaum Platz. Dann würde ich sagen, lotten. Wasser ist genug da. Strom sollte sich auch ausgehen. Auch wenn die Verfügbarkeit ziemlich enge ist. Was kostet es uns eigentlich, das Gebäude zu verschieben? 1200. Ich würde sagen, die 1200 investiere ich nochmal. Das ist einfach ein bisschen weiter oben ansiedeln kann. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein weiteres Windrad. Und ich meine, das würde sich hier noch ganz gut ausgehen. Später können wir dann ja die Möglichkeit nutzen, auch wieder Windturbine ins Wasser zu setzen. Mit Solarzellen inklusive. Sehr gut. Wasser läuft. So, jetzt überlege ich mal, wie geht es jetzt hier weiter. Hier würde ich sagen, gehen wir erst mal bis hier hoch. Hoch. Okay, das will er nicht. Will er das nicht. Dann machen wir es so. Hier gibt es mal so einen kleinen Einbahnweg. Dann hier hoch. Da dran. Das Problem ist, das geht nicht. Das müssen wir, hier müssen wir uns ein bisschen Platz lassen. Ich muss überlegen, wie wir das dann da wirklich hin platzieren. Weil, da sollte eigentlich etwas ganz anderes gebaut werden. Aber der Platz ist jetzt vergeben. Andersweitig. Ich würde sagen, hier auf jeden Fall jetzt noch Wohnungen hin. Mal ein bisschen großzügiger das Ganze jetzt verbreiten. Geschäfte. Und da hin. Und hier hin. Hier hinten könnten wir dann eigentlich dann der nächsten Industrie beginnen. Hier ist ja auch nochmal ein schöner Platz für Landwirtschaft. Den werden wir auf jeden Fall uns auch nutzen. Hier würde ich allerdings dann als nächstes nochmal ein Industriegebiet planen. So, runterwärts. So, auch zwei freilassen. So, das passt. Einmal frei. Nö, das nicht. Das ist nur so. Sehr gut. So, was aber. Genau. Müssen auch weitere Rohre verlegt werden. Ziehen wir einmal eins bis hier durch. Zack. Und dann binden wir da praktisch hier die... Ja, klappt nicht ganz. Vielleicht soll das wir nicht ganz so viel verschenken. Können. Ah. So. Unser Geld wird zu langsam knapp. Aber diesen Straßenzug, den möchte ich definitiv noch verbinden. Also, ich würde das malen. Oh. Ähm. 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 So. Sehr gut. das sieht auch alles ganz gut aus und wir sind der 15 minute das heißt wir werden langsam aber sicher in den feierabend kommen aber nicht ohne die winzige kleinstadt zu erreichen 1400 einwohner haben wir jetzt das ist doch schon mal ein schönes ende noch ein polizei revier da die kriminalität gerade etwas höher ist und dann würde ich sagen wenn es euch bis hierhin gefallen hat dann kann es sich nur lohnen dran zu bleiben und ich würde mich einfach freuen wenn ihr das auch tut falls ihr ideen habt was wir so in unserer neuen stadt vanilla bay bauen können oder machen sollten dann immer raus damit wenn ihr die folge kommentieren wollt nutzt einfach die kommentarfunktion unterhalb des videos und ich würde mich freuen wenn ihr dran bleibt in diesem sinne wünsche ich euch alles liebe alles gute